Willkommen in unserer Steam-Gruppe! Yay! Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und es gibt ein kleines Giveaway! Yay! Steam-Gutschein! Ganz einfach, ich hatte aufgerufen, dass ihr euch bei der Gruppe anmelden solltet, weil wir fast die 100 voll hatten. Und wenn wir die 100 voll bekommen dieses Wochenende, wollte ich ein kleines Gewinnspiel mit euch machen. Und genau das werden wir nämlich tun, weil wir haben die 100 geschafft! Tatsächlich! Über 100 Mitglieder! Yay! Und es werden sicherlich noch mehr, also wenn ihr noch nicht Mitglied seid, ist eure Chance! Link ist in der Videobeschreibung und auch in meinem Kanal unter Kanal-Info zu finden. Gut, was müsst ihr tun, um an dem Giveaway bzw. Gewinnspiel an der Verlosung teilzunehmen? Ganz einfach, ihr müsst einfach nur in der Gruppe angemeldet sein, Mitglied sein. Macht Sinn! Dann klickt ihr auf Diskussion, dann auf Projektvorstellung und dann auf neue Diskussion starten. Und dann stellt ihr einfach mal euer Projekt vor, an dem ihr gerade arbeitet oder an dem ihr arbeiten wollt in ferner Zukunft oder in naher Zukunft. Einfach euer Projekt vorstellen. Das fände ich ziemlich cool, wenn ihr uns einfach mal schreibt, an was ihr arbeitet, was für RPG Maker Spiele oder an was ihr arbeiten wollt. Völlig unabhängig von unserem Community Event natürlich, dass ihr da vielleicht auch an Projekten arbeitet. Okay, das mag sein, aber gemeint ist euer richtiges Hauptprojekt, an dem ihr derzeit arbeitet. Wäre schön, wenn ihr das einfach macht. Jeder, der sein Projekt vorstellt, innerhalb der nächsten Woche, also ihr habt jetzt eine Woche Zeit, bis zum 9. quasi, um 23.59 Uhr habt ihr Zeit und am Montag, den 10. Mai, würde ich das Ganze dann auslosen, wer gewonnen hat. Herz Zufallsgenerator. Zu gewinnen gibt es 5 mal 5 Euro Steam-Gut haben. 5 Euro mag jetzt vielleicht nicht viel klingen, aber 5 Euro haben oder nicht haben, wie man so schön sagt. Und ich dachte mir, lieber gebe ich 5 Leuten 5 Euro als einem 25 Euro. Ich denke mal, das ist, denke ich mal, so in Ordnung. Dann hätte ich noch zu verlosen, wenn ihr denn Interesse habt. Das werde ich dann aber live machen, am 10. Mai dann. In der Live-Verlosung, da mache ich dann kurz einen Livestream. Wer im Livestream teilnimmt, da verlose ich dann nochmal ein Spiel für Steam. Ich habe nämlich jetzt einen Steam-Key bekommen von GameStar Plus oder Plus. Und den brauche ich nicht, weil ich das Spiel bereits besitze. Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic. Gutes Spiel, definitiv. Aber wie gesagt, besitze ich bereits auf der Xbox und auf Steam brauche ich es dann auch nicht nochmal. Da würde ich euch dann den Key schenken. Einen von euch, wer im Live-Chat dann dabei ist, am 10. Mai. Da würde ich die Uhrzeit dann nochmal bekannt geben, vorher. Gut, also einfach mal euer Projekt vorstellen. Ihr könnt hier reinschreiben, was ihr wollt. Am besten, ihr schreibt oben in den Titel euer Projektnamen rein. Formatierungshilfe habt ihr. Hier habt ihr dann Informationen, wie ihr den Text formatiert. Also FED, Unterstrichen, Kursiv, etc. Links einfügen und so weiter und so fort. Wie das Ganze funktioniert. Also ihr könnt auch YouTube-Videos einbetten, etc. Also ihr habt da wirklich viele Möglichkeiten, euer Projekt vorzustellen. Und ja, es kommt auf jeden Fall nicht darauf an, wie schön ihr schreibt oder überhaupt um die Inhalte. Es wird am Ende per Zufallsgenerator ausgelost. Wie bereits gesagt, an fünf Leute, die ihr Projekt vorstellen. Ich danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Das war es soweit von mir. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, beziehungsweise hören uns oder lesen uns, je nachdem, demnächst wieder. Tschüssi, euer Donfi.